Es ist Freitag, 18 Uhr und damit herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe der Apple News. Wie immer, Punkt 18 Uhr, jeden Freitag in eurer Abo-Box. Heute sprechen wir ein bisschen über das neue iPad Pro. Ich weiß, es ist momentan ein intensives Thema, aber ich habe ein mögliches Datum für euch. Wir sprechen ein bisschen über Farben für die neuen iPhones, über einen möglichen neuen Apple TV, der eine ganz neue Sache mitbringen könnte. Und dann gibt es natürlich noch weitere spannende Themen. Und am Ende des Videos, wie immer, ein kleines One More Thing von meiner Stelle. Vollgepackte Ausgabe, wie jeden Freitag. Deswegen steigen wir direkt ein. Und die fleißigen Zuschauer des Kanals kennen es schon. Ich fange gerne mit den Software-Neuigkeiten an. Die hake ich gerne kurz ab. Da tut sich ein kleines bisschen was. Es gibt zwei neue Details zu iOS 18. Angeblich bekommen wir einen Safari Browsing Assistant und eine Encrypted Visual Search in diesem Jahr. Was das genau bedeutet, ist noch nicht ganz klar. Diese Hinweise wurden allerdings jetzt, haben die Runde gemacht, da sie angeblich bei Apple entdeckt wurden. Aber ich glaube, das sind eher kleine Details. Ich könnte mir gut vorstellen, dass da in den nächsten Wochen noch mehr Gerüchte auftauchen werden. Aber was wir auch in den nächsten Wochen sehen werden, ist, das kommt dann schon mit iOS 17, ein Update, mit dem Apple im App Store Retro-Emulatoren erlaubt. Und das machen sie jetzt nicht ganz freiwillig, würde ich mal behaupten. Denn, ihr habt das mit Sicherheit mitbekommen, seit iOS 17.4 sind alternative App Stores erlaubt. Also andere Stores neben dem App Store und dort gibt es Retro-Emulatoren für Gamebook-Spiele und Co. Und dementsprechend hat Apple gemerkt, okay, bevor die Nutzer jetzt abwandern und in diesen Stores sich diese ganzen Apps herunterladen, werden wir das eben auch selbst im App Store erlauben. Und dann stehen da natürlich die neuen iPads für 2024 an. Und wir sprechen mal ganz kurz über das komplette Line-Up. Letzte Woche habe ich ja schon mitgeteilt, dass es Anfang Mai losgeht. Marc Gurman, eine der besten Quellen, wenn es rund um Apple geht, hat nochmal nachgelegt und hat gesagt, okay, in der zweiten Mai-Woche wird es soweit sein, dann steht der Marktstart der neuen iPads an. Und das bedeutet, dass wir beim neuen iPad Pro und beim neuen iPad Air eigentlich ein ziemlich genaues Datum haben. Denn Apple-Produkte kommen in der Regel, es gibt auch Ausnahmen, aber meistens an einem Freitag auf den Markt. Das würde bedeuten, dass der Marktstart der neuen iPads in diesem Jahr am 10. Mai 2024 ist. Vermutlich starten die Vorbestellungen dann eine Woche früher, am 3. Mai. Und es wäre durchaus denkbar, dass wir Ende des Monats vielleicht dann auch schon die offizielle Ankündigung sehen. Je nachdem, wie Apple das vorher timet. Aber also in etwa gut einem Monat werden diese neuen iPads dann endlich kommen. iPad Pro endlich mit OLED-Display. Und beim iPad Air bekommen wir neben 11 Zoll eine weitere Größe mit knapp 13 Zoll. Wie sieht es mit den anderen iPads aus? Ich habe auch jetzt in den Kommentaren immer mal wieder gesehen, was ist eigentlich mit einem neuen iPad Mini oder dem Basis-iPad? Da schreibt man, Grimmins sind auch auf dem Plan. Auch für 2024 eventuell, aber frühestens Ende 2024. Neues Basis-iPad und ein neues iPad Mini. Aber da sollte man auch nicht allzu viel erwarten. Und da muss man vielleicht auch nicht unbedingt drauf warten. Denn das soll vor allem nur beim iPad Mini vielleicht auch nur ein kleines Chip-Upgrade werden. Also Apple hat ein bisschen was für das neue Pro und Air-Modell geplant. Die anderen beiden iPads bekommen in diesem Jahr nicht die große Aufmerksamkeit. Ein bisschen aktualisierte Hardware, ja. Die wird es dann aber erst Ende des Jahres geben. Und was ich durchaus interessant fand, ist, dass ein neuer Apple TV in Planung sein soll. Wir haben letztes Jahr schon gehört, dass womöglich 24 ein neues Modell kommt. Und es ist jetzt nicht ganz klar, ob Mark Grimmins dies das Modell meint. Aber er schreibt, dass ein neuer Apple TV in Entwicklung ist, der eine Kamera besitzt. Das ist kein Zufall, dass wir mit TV aus 17 war das, glaube ich, FaceTime bekommen haben. Also, dass man jetzt quasi über den Fernseher Videotelefonie machen kann. Und das soll dann auch in Zukunft direkt mit einem Apple TV mit verbauter Kamera möglich sein. Aber das alleine fände ich gar nicht mal das Spannende. Denn da kann man auch einfach ein iPhone nehmen und das Ganze eben irgendwie realisieren. Aber es soll womöglich eine Gestensteuerung kommen, mit der man dann zum Beispiel über die Kamera, ähnlich wie jetzt auch bei der Vision Pro, den Apple TV steuern kann. Und das fände ich eine durchaus interessante Sache. Schauen wir mal, ob damit schon das Modell für 2024 oder für die Zukunft gemeint sein könnte. Aber Apple hat diesen Bereich noch nicht aufgegeben und hat durchaus größere Pläne für den Apple TV. Und wo Apple auch sehr große Pläne hat, ist bei der Apple Watch. Denn in diesem Jahr steht das 10. Jubiläum an. Und die Apple Watch Series 10 soll ja ein großer Schritt werden. Ich finde, es gibt weiterhin erstaunlich wenige Details, vor allem zum Design. Ich bin mal gespannt, was sich da im Sommer tut. Ich rechne da jetzt eigentlich bald erstmal mit den ersten Leaks. Aber wir haben erfahren, dass Apple eine neue OLED-Generation für die beiden Apple Watches eingekauft haben soll. Eine neue Generation der LTPO-Technologie. Und diese soll deutlich effizienter sein. Das bedeutet, dass man vielleicht eventuell auch mit der einen oder anderen Optimierung beim Chip ein bis zwei Stunden vielleicht noch beim Akku herausholen kann. Denn das Display ist ja bekanntlich das, was am meisten Akku im Alltag kostet. Ja, ich höre es jetzt auch schon wieder. Man wird damit natürlich nicht direkt auf 14 Tage mit der Apple Watch kommen. Ich glaube, das ist aber auch ein Wert, der durchaus unrealistisch auch langfristig sein wird. Das wird bei der Apple Watch so nicht möglich sein. Aber wenn wir uns die Apple Watch Ultra anschauen und da sind ja durchaus einige Nutzer auch bereit, mittlerweile drei Tage mit auszukommen. Vielleicht wird man da in Zukunft auf vier bis fünf Tage kommen. Und Apple ist durchaus bemüht, dass sich das Ganze verbessert. Und wo Apple auch immer bemüht ist, ist, wenn wir über den Chip sprechen. Die sind meistens ein wichtiges Thema für Apple, da sie in der Branche durchaus führend sind und oft weit vor der Konkurrenz liegen, da sie die Chip-Entwicklung in-house haben und das durchaus gut gemacht haben in den letzten Jahren. Und auch bei TSMC gerne ganz vorne mit dabei sind, wenn es um neue Verfahren geht. Wie zum Beispiel beim A15 Pro im aktuellen iPhone 15 Lineup oder in den Pro-Modellen. Der erste Chip, der im 3-Nanometer-Verfahren gefertigt wird. Bisher ist die Konkurrenz hier tatsächlich noch nicht mitgezogen, da man angeblich das komplette Lineup oder die komplette Kapazität von TSMC aufgekauft hat. Aber man arbeitet bereits mit TSMC, heißt es an der nächsten Generation. Und nächstes Jahr soll dann der Schritt zum 2-Nanometer-Verfahren anstehen. In diesem Jahr werden wir das noch nicht sehen, wobei Ende 2024 die erste Vorproduktion dafür startet. Das bedeutet, mit dem A19 Pro und dem iPhone 17 Pro werden wir dann wahrscheinlich auch wieder ein neues Verfahren sehen. Theoretisch gesehen effizienter und mehr Leistung. Praktisch gesehen muss ich aber auch gestehen, ich hätte mir mehr Effizienz mit dem A17 Pro erhofft. Der Sprung war so gut wie gar nicht vorhanden beim iPhone 15 Pro. Und Leistung, sind wir mal ehrlich, das ist jetzt nicht unbedingt das große Problem der letzten Jahre. Selbst die Leistung vom A17 Pro wird weit nicht ausgenutzt. Und ja, wir haben ja so zwei, drei Konsolenspiele bekommen, aber mehr ist da ehrlich gesagt auch nicht irgendwie wirklich, was da kommt. Von daher ist das vielleicht auch nicht das, was so für viele relevant ist. Aber ich bin mal gespannt. Wir haben ja aktuell sehen wir einen großen KI-Trend. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass dann der Fokus bei der Chip-Entwicklung in Zukunft sehr stark darauf liegen wird. Und worauf auch meistens ein großer Fokus liegt, sind die Farben beim normalen Basis-iPhone. Also in diesem Fall, in diesem Jahr, das normale iPhone 16. Und da machte diese Woche ein Gerücht die Runde, was ich aber ein kleines bisschen skeptisch einstufen würde. Denn ich wäre mir nicht ganz sicher, ob das wirklich stimmt. Und wir sieben Farben bekommen. Aktuell gibt es fünf Farben im Line-Up. Die sollen auch bleiben. Also wir bekommen auch in diesem Jahr angeblich wieder Blau, Pink, Gelb, Grün und Schwarz. Vielleicht in einer etwas anderen Version als beim iPhone 15. Aber diese Farben sollen bleiben. Neu sind dann angeblich ein Weiß und ein Lila. Die Apple übrigens das letzte Mal mit dem iPhone 12 Line-Up damals genutzt hat. Aber damit würde man tatsächlich insgesamt auf sieben Farben kommen. Vielleicht dann auch noch mit einem Rotton auf acht. Das wäre schon wirklich sehr, sehr viel für Apple. Ich glaube, das Maximum waren bisher sechs Farben. Aber warum auch nicht? Das iPhone 16 soll nicht das allergrößte Upgrade werden. Vielleicht gleicht man das Ganze dann mit einer sehr großen Auswahl an Farben aus. Sowas ist für viele tatsächlich auch immer ein ganz gutes Verkaufsargument im Laden. Müssen wir mal schauen. Aber diese Farben stehen aktuell im Raum. Schauen wir mal, ob am Ende auch alle kommen. Womit wir bei meinem One More Thing diese Woche wären. Und das ist ein Wallpaper von Basic Epica. Ich weiß, er kam schon öfter hier vor. Aber ich finde, der Stil von ihm gefällt mir einfach gut. Und tatsächlich nutze ich seine Wallpaper auch immer wieder aktiv im Alltag. Dass sie durchaus dezent, minimalistisch und trotzdem irgendwie auch auffällig sind. Und er hat sich irgendwie gedacht, Mensch, ein neues iPad Air steht an. Da hat er irgendwie so an das erste iPad Air gedacht. Und hat sich diesen Wallpaper nochmal vorgenommen. In einer aktuellen Version mit hoher Auflösung und so weiter. Für verschiedene Geräte zur Verfügung gestellt. Der Air Gradient nennt sich das Ganze. Also so ein schöner Farbverlauf. Ich finde vor allem jetzt für das Frühjahr und für die doch erstaunlich warme Jahreszeit, die wir jetzt schon haben, finde ich so einen hellen Farbton durchaus ansprechend. Auch wenn ich gerne dunkle Wallpaper nutze, fand ich das gut. Hat mir gut gefallen. Und der Wallpaper ist natürlich wie immer kostenlos. Von daher ist das an dieser Stelle mein One More Thing. Vielleicht nutze ich diese Version ja sogar im Frühjahr ein bisschen längere Zeit. Und ich finde, es macht durchaus auf dem iPad einen guten Eindruck. Link zum Download, wie gesagt, kostenlos, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Schaut also gerne vorbei. Falls euch das Ganze gefällt, kann man ja durchaus mal ausprobieren. So, das war's von meiner Stelle diese Woche. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die aktuelle Ausgabe der Apple News gefallen, weitergeholfen. Lasst mich das gerne mit einem Daumen hoch wissen. Ansonsten würde ich sagen, schönes Wochenende, Restwochenende. Und auch einen guten Start in die Woche, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Bis dahin, ciao.